Die Filmanalyse Die Filmanalyse Sieht immer nur die Schauspieler. Übertroffen wird das dann noch, wenn Robert De Niro auftritt, der ja schon seit Jahren nicht mehr in der Lage ist, eine Figur zum Leben zu erwecken, sondern nur noch sich selbst spielt. Nach dem eigentlich belanglosen und sehr wehleidigen Silver Linings und dem sozial kitschigen The Fighter hat Russell nun einen fürchterlichen Retrofilm konzipiert. Er trägt einfach nur alles noch einmal auf. Dieser Film ist wie ein Flohmarkt, in besseren Momenten vielleicht wie ein Secondhand-Shop. Alles war schon einmal da. Das ist aber kein virtuoses Spiel mit Zitaten, wie man das aus dem Zeitalter der Postmoderne ja kennt, viele Filmemacher-Verfahren so, um dann aber etwas Neues zu schaffen. Nein, Russell lädt lediglich zur großen Retro-Party, zur Revival-Party ein und wer Coverbands nicht mag, der sollte besser draußen bleiben. Ich möchte einen Satz zur Handlung sagen. Und das fällt nicht leicht. Die Geschichte spielt 1978. Erzählt wird die Geschichte von einem Trickbetrüger, der von einem FBI-Agenten ausgetrickst wird. Und wiederum dieser Trickbetrüger trickst den FBI-Agenten und noch ein paar Politiker aus. Und natürlich sind alle irgendwie korrupt und man fragt sich, warum bekommt man diese Geschichte überhaupt erzählt. Aber das Schlimme an diesem Film ist eigentlich die Retromanie auf zwei Ebenen. Es ist nicht nur, dass dieser Film in den 70er-Jahren schwelgt, sondern es ist auch so, dass die Figuren noch nicht mal im Film in den 70er-Jahren zu Hause sind, sondern sie sehnen sich nach früheren Tagen, hören Duke Ellington auf der Langspielplatte oder sie tragen alte Kleider auf. Amy Adams trägt Kleider, die in einer Wäscherei liegen geblieben sind. Jahrzehnte nachdem Michel Foucault und Roland Barthes den Tod des Autors verkündet haben und diese Theorie dann in den amerikanischen Culture Studies für große Elogen auf das Zitieren, das Plagiieren, das Kopieren, das Faken sorgte, das Wissen ist nur noch ein Palimpsest und so weiter, wandert nun dieser jahrzehntealte Hut nach Hollywood und man wirft gleich zehn Oscar-Nominierungen hinein. Dazu gehört selbstverständlich dann auch die spaßige Selbstreflexivität des Films. Haha, es geht ums Faken, ums Fälschen und genauso geht ja auch der Film vor. Ja, vor Jahrzehnten wäre das bestimmt eine originelle Pointe gewesen. Doch ganz entkommt der Film der Originalitätsfalle nicht, denn da sind die Schauspieler und die feiert er die ganze Zeit, die Originalität dieser genialen Schauspieler. Und es ist so ähnlich wie mit Foucault und Barth, die heute natürlich auch wie Heilige auf einem Sockel stehen, die den Tod des Autors verkündet haben, aber dann selbst zu gloriosen Autoren geworden sind. So ist dieser Film dann auch, wo er alle Originalität erstmal von sich abstreifen will, dann doch ein Manifest für Originalität, nämlich die der Schauspieler. Fast möchte man American Hustle als eine Dekadenzerscheinung betrachten, eine Filmkultur, die sich nur noch selbst verliert. Es ist eben nicht so, dass Russell die ein oder andere Hommage auf Scorsese oder Polanski kreiert, sondern er kopiert einfach nur und er kopiert schlecht. American Hustle ist das Remake eines Remakes eines Scorsese-Films, den Scorsese selbst zum Glück niemals gedreht hat. David O. Russell bezeichnet sich ja selbst als Romantiker und dem kann man wirklich nicht widersprechen. Wie die deutsche Romantik sich ja ins ständische Mittelalter zurückzog, in einer Mischung aus Ironie, Orientierungssehnsucht und Eskapismus, so flüchtet sich auch Russell in American Hustle in eine Zeit der 70er Jahre zurück, die für ihn skurril ist. Er zelebriert die Haartrachten, die politische Eindeutigkeit und dann gibt's ja noch die Portion Glamour, die dazugehört, um sich da dann aber wohlzufühlen. Natürlich schaut man wie die Romantiker auf die vergangene Zeit mit einer Ironie und vor allem beschwört American Hustle dabei so ein Revoluzzer-Gehabe. Man baut sich romantische Luftschlösser, um selbst auf dem Teppich bleiben zu können. Denn Russell beschwört ebenso auch die filmischen Revolutionen eines Martin Scorsese oder eines Roman Polanski, um aber selbst bloß keine Revolution zu starten. Russell ist eben kein Tarantino. Stattdessen gibt es nur oscargüldene Spießigkeit. Und Carl Schmitt hat so etwas schon erkannt, als er die politische Romantik in seiner gleichnamigen Schrift untersuchte. Und da sagt er, dass die Romantik als Gesamtphänomen im Biedermeier angekommen ist. Vielleicht kein schimpfliches, aber auch kein tragisches Ende. Die revolutionäre Zerrissenheit wurde zur Idylle. Der Bourgeois schwärmte für die Romantik und sah in ihr sein Kunstideal und seine Erholung. Der Kreislauf der Gegensätze von Revolution zur Idylle war geschlossen. Der ironische Romantiker das Opfer einer bösen Ironie geworden. Und so ist es auch bei dem Film. Man wird Opfer einer bösen Ironie, denn man kann sich in seine eigene Spießigkeit einlullen. American Hustle ist nicht nur ein schlechter Film, er ist auch regressiv. Denn wir schauen nur, aber wir sehen nicht. Die Brotigkeit und sage ich, er ist auch zu viel. Den Teil ist auch wichtig. Die Brotigkeit und拍verung von einem Kollegen Kuss. Ich höre Liebe noch. Euer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, – 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15. Untertitelung des ZDF, 2020